Mumuni Beli Dagano ist ein Fußballspieler. Er spielt zurzeit bei Alcelia in Katar auf der Position des Mittelstürmers. Karriere Sein Debüt als Profifußballer feierte Dagano bei Etual Filante Uaga Dachau, bei denen er von 1998 bis 2000 spielte. Im Jahre 2000 wechselte er nach Belgien zu Germinal Biaschot Antwerpen, die er 2001 wieder verließ, um zum KRC-Gang zu transferieren. Nach fast drei Jahren bei den Gankern unterschrieb er 2003 einen Vertrag über vier Jahre bei EA Green Gamp, die zu diesem Zeitpunkt noch in der französischen Liga 1 spielten. Im Jahre 2004 stieg Dagano mit den Rot-Schwarzen in die zweite französische Liga, die Liga 2, ab, ehe er 2005 abermals den Verein wechselte und zum FC Socho in die Liga 1 transferierte. Nach knapp vier Jahren beim Fußballklub aus Socho transferierte der mittlerweile 2-7-Jährige im Jahre 2008 nach Katar zum dortigen, in der 1. Division angesiedelten Alcor Sportsklub. Zur Saison 2010-Elftel wechselte er innerhalb der Katar-Stars League zu Alcelia. Dagano kam bis zum jetzigen Zeitpunkt zu 51 Einsätzen für die Burkini-Chef-Fußball-Nationalmannschaft, für die er dabei 23 Tore erzielte. Dagano kam für das A-Nationalteam seines Heimatlandes bei der Fußball-Afrika-Meisterschaft 2004 in Tunesien zum Einsatz, wo er mit der Mannschaft nach drei absolvierten Spielen mit einem einzigen Punkt aus einem Remis als letzter der Gruppe B aus dem Bewerb ausschied. Beim Qualifikationsturnier zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 erzielte er für die Mannschaft seines Heimatlandes insgesamt zwölf Tore, wodurch er zum Torschützenkönig aufstieg. Erfolge Belgischer Meister Ebenhauten Schön Französischer Pokalsieger อ�� Ensuite